In diesem Video versuche ich mich an der Balkanküche und mache diese schmackhaften Chwapjitschi. Viel Spaß dabei! Dafür braucht man ein gemischtes Hack. Ich habe jetzt hier 50 Rind, 50 Schwein. Man könnte auch ein bisschen Lamm dazu nehmen oder Hälfte Lamm, Hälfte Rind, Hälfte Lamm, Hälfte Schwein. Das gibt dann nochmal ein bisschen feineren Geschmack und man hat einfach diesen Lammgeschmack noch dabei. Dann brauchen wir Paprika Edelsüß, dann brauchst du noch Petersilie, ein bisschen Majoran, dann eine Knoblauchzehe und ein Ei. Als erstes nehme ich mir die Petersilie, die habe ich von den Stielen gezupft und hacke die einmal gut durch. Die Petersilie gebe ich dann zu meinem Hackfleisch. Dann nehme ich mir die Knoblauchzehe, halbiere die, mache hier erstmal den Strunk raus und hacke die dann auch einfach klein. Den Knoblauch gebe ich dann ebenfalls zum Hackfleisch dazu. Dann nehme ich mir das Ei, schlage das hier in die Schüssel rein. In das Ei gebe ich dann schon mal Gewürze mit dazu. Die lösen sich da einfach ein bisschen besser auf und dann verteilt sich das später auch ein bisschen besser, wie wenn ich das einfach auf die Fleischmasse draufschmeißen würde. Dann gebe ich hier auch gut Pfeffer dazu. Dann den Majoran und den Paprika. Das Ei schlage ich dann auf und schaue, dass ich hier die Gewürze ein bisschen mit untermischen. Wenn ich das dann habe, dann gebe ich das ebenfalls zum Hackfleisch. Hier gebe ich jetzt nochmal gut Salz dazu. Wenn ich dann alle Zutaten in der Schüssel habe, dann mische ich das Hack gut durch. So, wenn ich die Masse dann gut durchgemischt habe, dann nehme ich mir hier ein kleines bisschen was weg und grill mir hier einfach eine Probe an. Einfach ein Stück wegnehmen, das kurz angrillen und dann probieren und dann weiß man, ob man es noch ein bisschen nachwürzen muss oder nicht. So, die Probe dann einmal probieren und dann einfach nach Geschmack nachwürzen. Bei mir fehlt jetzt hier ein kleines bisschen Salz. Und ein bisschen Majoran gebe ich auch noch dazu. So, das mische ich jetzt nochmal gut durch. Wenn ich mit dem Nachwürzen fertig bin, dann nehme ich mir hier einfach immer ein Stückchen weg und vor mir so lange Würstchen. Natürlich auch so ungefähr machen. Es gibt ja verschiedene Formen, aber ich mag eher diese länglichen, ein bisschen dünnere Formen. Deswegen werde ich die jetzt machen. So ungefähr sollten die aussehen. Natürlich, wenn man öfters Chivapchichi macht, da gibt es diese Tools, diese Former dazu. Ich glaube, die sind da richtig hilfreich. So sehen meine Chivapchichi dann aus, wenn ich sie gerollt habe. Ich habe am Ende eigentlich eine gute Technik gefunden. Ich habe sie hier über das Brett gerollt. Dann hatte ich ein bisschen mehr Widerstand. Dann fand ich, sind sie ein bisschen schöner geworden, wie wenn ich sie nur in der Hand gerollt hätte. Die nehme ich jetzt so und brate sie einfach auf meiner Grillplatte an. Die habe ich schon mal ein bisschen vorgeheizt. So, wenn die Chivapchichi dann eine schöne Farbe haben, dann nehme ich sie so runter. Auch wenn sie noch nicht ganz durch sind, ich lasse sie nachher ja nochmal auf dem Grill ein bisschen. Also einfach in der Schale stehen und dann werden sie auf jeden Fall durchziehen. Die Chivapchichi sind jetzt durchgezogen. Ich habe mir jetzt ein bisschen Reis dazu gemacht. Aber ich probiere jetzt einfach mal ein Chivapchichi so. Also ich kann sagen, die Chivapchichi schmecken hervorragend. Und ich finde, die sind auch echt gut rausgekommen. Ich kann mal kurz noch die anderen zeigen, die ich im Grill habe. Also ich finde, die sind richtig gut rausgekommen. Geschmacklich, muss ich sagen, echt top. Hätte ich am Anfang nicht gedacht. Ich hätte gedacht, vielleicht nehme ich lieber eine Gewürzmischung oder irgendwas. Aber mit dem Majoran, dem Paprika und ein paar Salz, Pfeffer ist es super geworden. Und auch, dass ich sie auf der Grillplatte angebraten habe, damit sie ein schönes Muster haben, ist glaube ich super geworden. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.